Willkommen zum Asklepios Talk. Patientinnen und Patienten mit akuten Erkrankungen oder nach Unfällen müssen schnell und optimal versorgt werden. Hier müssen alle gut zusammenarbeiten. Und wie das funktioniert, darüber spreche ich mit Dr. Manuel Lingler. Er ist ärztlicher Leiter der Abteilung für interdisziplinäre Akut- und Notfallmedizin und Leiter der zentralen Notaufnahme an der Asklepios Südpfalz Klinik Kandel. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich weiß, die Zeit ist knapp. Was ist denn die neu etablierte Abteilung für interdisziplinäre Akut- und Notfallmedizin? Also kurz gesagt, durch die Neustrukturierung der Notfallversorgung im Bundesgebiet, gemäß einem gemeinsamen Beschluss des Bundesausschusses, ist es so, dass man spezielle Voraussetzungen erfüllen muss, um die Akut- und Notfallmedizin, die akute Notfallversorgung in den Kliniken sicherzustellen. So dass es inzwischen vonnöten ist, dass speziell auch geschulte, ausgebildete Notfallmediziner in den zentralen Notaufnahmen eingesetzt sind. Und hier letztendlich akute Erkrankungen behandeln, die weiteren Wege dann letztendlich für den Patienten bahnen, um Zeitverluste und vor allen Dingen zu verhindern und kritisch kranke Patienten auch frühzeitig zu selektieren, um hier einfach lebensrettende Maßnahmen sofort einzuleiten. Wie ist denn der Notarztdienst organisiert? Also der Notarztdienst, das ist wieder ein anderes Thema letztendlich. Per se ist das vereint in unserer Abteilung für interdisziplinäre Akute- und Notfallmedizin, sodass ich in meiner Person und mein Oberarzt, der Kollege Schäfer, den Notarztstandort in Kandl und in Germersheim, sind zwei Notarztstandorte, leiten letztendlich. Unsere Abteilung, wie auch die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin besetzt diesen Notarztdienst und Ziel des Ganzen ist letztendlich eine gute Vernetzung der präklinischen mit der klinischen Notfallmedizin, einfach um Synergieeffekte hier zu nutzen. Und wir selbst nehmen am Notarztdienst teil und kümmern uns darum, dass wir für den Landkreis auch 24-7 Notärzte zur Verfügung stellen können. Wie funktioniert die zentrale Notaufnahme? Also im Prinzip kommen Patienten zum großen Teil, zu über 30 Prozent inzwischen, über den Rettungs- und Notarztdienst zu uns mit akuten Erkrankungen. Das ist ein enormer Anteil, so im bundesweiten Vergleich. Alle weiteren Patienten natürlich fußläufig. Es ist dann so, dass die Patienten triagiert, also selektiert werden und die Dringlichkeit der Behandlung festgelegt wird. Patienten mit akuten Erkrankungen, wie zum Beispiel Brustschmerz, Verdacht auf einen Herzinfarkt, Schlaganfälle, die werden natürlich umgehend ärztlich gesehen und dann auch in die Diagnostik und die hoffentlich dann zielführende Therapie weitergeleitet. Patienten, die natürlich jetzt weniger dringlich behandlungsbedürftig sind, die werden natürlich hinten angestellt, um einfach auch die Zeit zu generieren für die Patienten mit akuten Erkrankungen. Das heißt, ein Patient, der sich bei uns vorstellt, letztendlich auch fußläufig, auch der wird triagiert. Da wird festgelegt, ob der jetzt umgehend innerhalb von 30 Minuten, 10 Minuten, 90 Minuten oder eben mit, im schlimmsten Falle, noch mehr Zeitverlust gesehen werden kann, ärztlich. Einfach auf der Basis dessen, was er für Symptome da bietet, was für Vitalparameter er in diesem Moment hat, um dann festzulegen, wer einfach Priorität hat. Ja, gut, das ist natürlich auch wichtig. Was ist denn wichtig für die Patienten und auch für Sie als Ärzteteam, wenn ein Patient zu Ihnen in die zentrale Notaufnahme kommt? Also wir sind ja ganz viele Patienten zum ersten Mal in unserer zentralen Notaufnahme. Wir sind nicht die Hausärzte, das heißt, wir kennen nicht die detaillierte Krankengeschichte. Für uns ist es natürlich wichtig, gerade wenn reichhaltige Vorerkrankungen vorliegen, dass wir über die Vorbefunde einfach uns ein Bild machen können, um das Ganze, die Beschwerden, auch die aktuellen Beschwerden entsprechend einordnen zu können. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, gibt es Vorbefunde? Wenn ja, bringen Sie diese mit und eben auch die Vormedikation, zum Beispiel als Medikamentenplan, der ja meistens doch vorliegt, auch häuslich. Das sind für uns ganz wichtige Informationen, die uns dann auch zielführend zu dem eigentlichen Problem des Patienten führen können. Klar, ja, dann können Sie natürlich auch viel besser handeln. Was ist aus Ihrer Sicht wichtig zu wissen? Ja, wichtig zu wissen ist eben das, dass wir nach Prioritäten und Erkrankungsschwere behandeln. Das stößt natürlich für viel Unverständnis, wenn man mit, für sich selbst ist das eigene akute Problem immer das Schlimmste. Das ist es aber in der Regel nicht, denn ganz viele Patienten, das bekommt man auch gerade, wenn man sich fußläufig vorstellt, gar nicht mit im vorderen Bereich der zentralen Notaufnahme, die kommen von hinten über den Rettungsdienst. Das heißt, auch wenn vielleicht der Wartebereich leer erscheint, kann es durchaus sein, dass wir sehr viel zu tun haben mit akuten Erkrankungen, die über den Rettungs- und Notarztdienst uns zugeführt werden. Und was wir uns erwarten würden, wäre Verständnis, dass das eigene akute Problem nach unserer Einschätzung vielleicht im Moment nicht das ist, was wir prioritär behandeln müssen. Eben weil parallel durch den Rettungsdienst uns ein akuter Herzinfarkt zugeführt wird, ein akuter Schlaganfall, ja, also sofort behandlungsbedürftige Erkrankungen, die natürlich auch zeitaufwendig sind und dann letztendlich das am Morgen auf der Treppe gestolpert Schmerzen im Knie im Moment kein akutes Problem ist, das man innerhalb der nächsten 10 oder 30 Minuten lösen muss. Ja, und das ist auch der Grund für die Triagierung, der Grund auch für uns oder die Daseinsberechtigung für uns als Notfallmediziner, um einzuschätzen, ist das jetzt ein Problem, das müssen wir sofort lösen oder ist das ein Problem, das muss man sich angucken, das werden wir uns auch angucken, wir werden uns die Zeit dazu vernehmen, aber dann, wenn eben Zeit dafür da ist, nachdem die akuten Behandlungsfälle abgearbeitet sind. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie sind mit Leib und Seele Notfallmediziner, Ihnen macht die Arbeit Spaß, es ist sicherlich auch eine sehr große Belastung, Arbeitsbelastung. Wenn Sie so in die Zukunft blicken, wie sehen Sie die? Also ich sehe eine ganz große Chance in Zukunft mit der Vernetzung mit dem ambulanten Sektor einerseits, letztendlich, dass man vielleicht auch ganz viele Patienten vielleicht auch gar nicht mehr in zentralen Notaufnahmen sieht. Das schafft für uns Valenzen, entlastet die zentralen Notaufnahmen. Ich sehe eine ganz große Chance eben in der Schnittstelle mit der präklinischen Notfallmedizin. Wir haben in Deutschland eines der besten Rettungs- und Notarztsysteme der Welt, das kann ich einfach auch so sagen. Gerade hier an der Klinik ist es so, dass wir da auch sehr viel Wert darauf legen. Auch auf unserem Notarztstandort, wie ja vielleicht aus der Presse bekannt ist, haben wir auch deswegen das Notarzteinsatzfahrzeug über den Standard hinaus ausgestattet, letztendlich über die Klinik. Wir haben dort ein mobiles Ultraschallgerät dabei, was auch noch nicht flächendeckend in Deutschland vorgehalten wird, um zielführend schon vielleicht in der präklinischen Notfallmedizin Diagnostik zu betreiben und dann zielgerichteter und schneller hier den Patienten in die Versorgung zu übergeben, mit dann letztendlich schon Verdachts-, Arbeits- oder letztendlich auch stehenden Diagnosen, um Zeit zu ersparen. Also diese Vernetzung, das wird auch die Zukunft darstellen. Wir werden uns bald, so hoffe ich, mit dem Rettungsdienst auch online in Verbindung sein. Das heißt, dass der Rettungsdienst jetzt schon digital dokumentiert. Alle Einsatzprotokolle werden digital, in digitaler Form erfasst, mit auch Vitaldaten, EKGs. Und unsere Klinik wird in naher Zukunft eine entsprechende Schnittstelle hier schaffen, dass wir diese Daten auch direkt als, nennen wir es Online-Anmeldung, über ein Dashboard auf unserer zentralen Notaufnahme haben. Das spart natürlich auch in der Schnittstelle unnötige Telefonate, Gespräche, weil wir Patienten, wenn wir Kapazitäten haben, auch einfach direkt gemeldet bekommen, wissen, wann trifft dieser Patient ein, uns dann da entsprechend schon vorbereiten können. Sprich, der Patient nach einem schweren Trauma, der uns über den sogenannten Schockraum zugeführt wird, Patienten mit akutem Herzinfarkt, Schlaganfall, wie ich es schon genannt habe, haben wir live Daten übertragen und wissen, in zehn Minuten kommt der Rettungswagen aus Ortschaft X mit der akuten Erkrankung Y und wir können uns da entsprechend schon darauf vorbereiten. Auch das ist zumindest in unserem Landkreis erstmalig der Fall, dass man eben diese digitale Anbindung an den Rettungsdienst darstellt. Und da sind wir sehr stolz drauf und freuen uns auch wirklich. Und die Kollegen des Rettungsdienstes auch. Das hört sich auch gut an. Es hat sich viel getan und wird sich viel tun, entnehme ich Ihren Worten. Ich danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wir werden sehr viel tun. Wir freuen uns drauf. Sehr gut. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.